Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Scalebench und Yorama Modellbau, die Kanäle sind natürlich beide unten verlinkt, organisieren wieder ein Group Build und ich nehme natürlich auch wieder daran teil. Das Thema dieses Mal sind Radfahrzeuge im Militärdienst. Im Gegensatz zum Thumbnail werde ich aber nicht einen Spähwagen oder LKW bauen, sondern ein Mars Card von Reconquer Design. Leider habe ich einfach keine passende Übersetzung dafür gefunden, aber am besten passt immer noch Altarwagen. Die Teile stammen natürlich alle aus dem Drucker, wie meistens, und das Ganze wird ein kleines Diorama werden mit betenden Rittern, Mönchen und was noch so dazugehört. Das ganze Diorama wird dann aber nicht nur in historischen Spielen eingesetzt werden, sondern auch in meiner bretonischen Armee für Warhammer und natürlich meiner Imperiumsarmee. Schließlich beten die Soldaten dort auch vor der Schlacht. Natürlich passt der Bausatz an sich weder zu den Bretonen noch zum Imperium, aber das ist mir herzlich egal, weil es ist ja eigentlich ein Bausatz für historisches Tabletop und ist für die Zeit der spanischen Reconquista gedacht, die ja bereits im 11. Jahrhundert begann und dann mit der Eroberung von Granada 1492 ihr Ende fand. Bis 1492 lassen sich die Figuren ja nun offensichtlich auch nicht verwenden, aber eine Kutsche bleibt eine Kutsche, auch in 1492. Auch der Habit der Mönche hat sich in dieser Zeit nicht großartig verändert. Ich habe mir natürlich auch wieder einen passenden historischen Hintergrund gesucht. Um was es sich dabei handelt, das verrate ich jetzt natürlich noch nicht. Falls du zum ersten Mal in meiner Schmiede bist, dann abonnier den Kanal, dann verpasst du nichts mehr und alle, die schon abonniert haben, ihr wisst ja, liken, kommentieren und teilen. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und dann bis bald in meiner Schmiede.